Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ziehung aus dem Neurodings-Kartenset, dein Impuls fürs Wochenende. Das ist eine Versöhnungskarte und die Botschaft lautet, nimm dich liebevoll an, so wie du bist. Die beiden schlangenähnlichen Gestalten im Vordergrund blicken in dieselbe Richtung oder sind sie uneins und möchten die eine die andere um Versöhnung bitten, dahinter das rote Herz, Fragen, die du dazu erstellen kannst, auf wem bist du zur Zeit nicht gut zu sprechen und versöhnlich, vielleicht könnt ihr euch aus dem Ganzen nochmal herausschlängeln, ist Versöhnung möglich, um endgültig loszulassen oder bringt euch das Herz wieder auf eine gemeinsame Wellenlänge. Lebst du versöhnt mit dir und deiner Vergangenheit? Öffne dein Herz für eine Versöhnung mit dir, es hat wohl alles seinen Sinn.